Morgens Leute, hier ist er wieder, euer Dutchman, mit einer besonderen Nachricht. Der erste Teil der Talkrunde Klartext ist heute hochgeladen worden auf dem Kanal von MostWantedX12, vom guten Max, der die Runde auch moderiert hat. Ich haue euch den Link nicht nur in die Videobeschreibung, sondern auch nur per Anmerkung ins Video, einfach draufklicken und genießen, anschauen. Ja, Leute, habt Spaß dabei. Morgen gibt es den nächsten Teil und am Samstag kommt dann auf meinem Kanal. Der dritte Teil, es wird dann noch am Sonntag einen vierten geben. Freut euch, genießt es, kommentiert fleißig, lasst fleißig Daumen da. Macht einen guten Eindruck, legt Ehre für mich ein. Benehmt euch. Habt Spaß. A tschö, mit Ö.